Wie rede ich mich geschickt heraus? Herzlich willkommen zu einer weiteren knappen Folge der Essentials. Heute mit einem Thema, das sich pragmatisch, also über Gesprächsmaxime und Konversationsmaxime beantworten lässt. Und ich würde ganz gerne ohne theoretischen Unterbau Imperative für gelingende Ausreden vorstellen. Zunächst schätze dein Fehlverhalten realistisch ein. Sei knapp, wiederhole Ausreden nicht. Sei kreativ, bleibe hinreichend vage, biete wenige Informationen an und stelle einen Wissensvorsprung sicher. Richte dich auf dein Gegenüber ein und respektiere es, nutze Gewohnheiten deines Gegenübers aus. Vermeide stets das Vergessen selbst in Ausreden zu thematisieren und baue in Begründungszusammenhänge Situationen ein, die strukturell denen vergleichbar sind, die durch eine Fehlleistung gestört werden. Das ist auf den ersten Blick relativ komplex und vielleicht auch etwas viel. Ich würde vor allen Dingen die vorletzte, vermeide stets das Vergessen selbst in Ausreden zu thematisieren, noch an einer Stelle nochmal präzisieren und aufnehmen, um zu zeigen, was ich damit meine. Kommen wir aber mal zu ein paar Beispielen. Die schlechteste Ausrede, die jemals gewählt worden ist, ist wohl diese. Wir sind hier in der Schöpfungsgeschichte der Genesis. Adam und Eva haben vom verbotenen Baum gegessen und Adam redet sich heraus gegenüber seinem Schöpfer. Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Er macht ganz zentrale Fehler als Mensch hier in der Geschichte selbst. Er muss auch fehlen, er hat keine Wahl, sonst gäbe es den Sündenfall in dieser Narration nicht. Aber er beschuldigt die Frau und in dem zweiten Schritt den Schöpfer selbst, der ihm diese Frau beigestellt hat. Sehr viel souveräner wäre es gewesen zu sagen, es tut uns leid, wir haben gegen dein Gebot verstoßen. Wir sind Menschen, wir sind neugierig, wir machen Fehler. Bitte sie uns unseren Fehler, unseren Fehltritt nach. Tut er nicht, sondern er redet sich schlecht heraus. Andere Beispiele, die vielleicht etwas lebenspraktischer sind für Sie je. Ich gebe Ihnen mal eine, die Sie nicht wählen sollten. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme, aber ein Bus ist ausgefallen. Ich muss auf den zweiten warten, in den ich dann nicht mehr hineingekommen bin. Danach haben wir noch ewig im Stau gestanden, deshalb ist wohl auch der erste Bus ausgefallen. Prototypische Situation für die Linie 61. In Dresden reicht es, wenn Sie sagen, ich musste mit der Linie 61 fahren und ich komme zu spät. Allerdings ist hier nicht so sicher, ob nicht der Dozent oder die Dozentin selbst mit dem Bus fährt. Das heißt, hier gibt es keinen Wissensvorsprung. Und tatsächlich ist die Ausrede zu lang, zu umständlich und hält zu viele Informationen bereit. Wenn es darum geht, eine konkrete Situation des Gegenübers anzuschließen und diesen zu respektieren, wäre möglicherweise die zweite Variante die bessere. Ich war wegen eines Referats im Kurs von Herrn Prof. Frau Prof. XY in Sorge und habe deshalb im Anschluss an das Seminar meine Zweifel direkt noch ausräumen wollen. Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Das Ganze deutet direkt auf eine akademische Situation hin, in der auch der oder die Dozentin selbst ist und erkennt und sie kennt diese Situation. Das passiert so häufig, dass man hier tatsächlich davon ausgehen muss, dass das Gegenüber adäquat handelt und vor allen Dingen auch das Gegenüber respektiert. Denn die Rückfragen und das Ausräumen von Zweifeln dient ja im Zweifelsfall dazu, dass ein Referat oder eine Prüfungsleistung besser wird und bestimmte Aspekte stärker berücksichtigt werden können. Das ist, wenn man so will, eine gute Ausrede. Noch ein Beispiel und wir laufen in der Prüfungsphase ja darauf hin. Ich wollte die Hausarbeit gestern noch ausdrucken, aber mein Bruder hat gestern vergessen Papier zu kaufen. Das ist tatsächlich eine Variante, die das Vergessen selbst in einer Ausrede thematisiert und geschickt. Mein Drucker ist defekt, mein Laptop wurde mir gestohlen, ich habe meine Festplatte bei meinen Eltern liegen lassen, ich habe in meinem direkten Umfeld einen Trauerfall und so weiter. Das sind prototypische Ausreden, die verwendet werden, um eine Verspätung zu rechtfertigen. Denken Sie daran, dass Sie immer nur eine begrenzte Anzahl an nahestehenden Verwandten haben, dass nicht jeder direkte Trauerfall im Umfeld direkt mit Ihnen in Verbindung zu bringen ist. Es gibt Fälle, in denen der Tod von Michael Jackson als Grund angegeben wurde, warum eine Prüfungsleistung zu spät eingereicht worden ist und so weiter und so fort. Also sehen Sie hier immer, dass Sie möglicherweise nicht zu Stereotyp sich herausreden. Diese Ausreden sind nicht kreativ. Die zweite Variante ist hingegen die wahrscheinlich bessere. Ich habe mich etwas übernommen und muss in diesem Semester zu viele schriftliche Arbeiten zum selben Termin einreichen. Ich versuche im nächsten Semester die Aufgabenlast besser einzuschätzen. Ich bitte um Entschuldigung und möchte Sie bitten, die Arbeit trotz kurzer Verzögerung bei der Abgabe anzunehmen. Das ist eine Ausrede, die muss ja gar nicht stimmen. Man kann tatsächlich das Ganze vergessen haben, aber die im Arbeitsumfeld, akademischen Arbeitsumfeld, sehr, sehr häufig passieren wird. Und das passiert auch uns, auch wir überschreiten Deadlines. Und insofern knüpfen Sie hier direkt an die Erfahrungswelt Ihres Gegenübers an. Sie bieten nicht zu viele Informationen an. Sie schätzen Ihr Verhalten realistisch ein, leiten daraus Konsequenzen ab. Und das ist eine Ausrede, die womöglich sehr viel Erfolg versprechender ist, als die, dass Ihr Drucker defekt ist oder Ihr Laptop gestohlen wurde. Was ich Ihnen aber empfehlen möchte, nutzen Sie keine Ausreden. Seien Sie ehrlich und tragen Sie die Konsequenzen, die daraus entstehen. Das macht es nach hinten für Sie viel, viel einfacher, mit bestimmten Situationen umzugehen. Und glauben Sie mir, niemand leistet sich in unserem Umfeld Situationen gern, in denen eine bestimmte Termine nicht einhalten kann. Aber es passiert in diesem Sinne. Vielleicht konnte ich einige Hinweise für gute Ausreden geben. Aber tun Sie es nicht. Reden Sie sich im Zweifelsfall besser nicht daraus. Also bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.